hallo sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen collectors video in dem wir uns heute das sammelheft und die ersten sticker der ferrero teamsticker zur europameisterschaft 2024 in deutschland anschauen wollen diese ferrero sticker zur deutschen nationalmannschaft haben ja schon eine lange tradition erscheinen immer zu den großen turnieren wie europameisterschaft und weltmeisterschaft und alle die schon ein bisschen länger sammeln werden sich auch noch an die zeiten erinnern als die sticker direkt in die einzelnen dublos oder hanuta packungen von ferrero integriert waren und man sich im kiosk oder supermarkt ein einzelnes dublo oder hanuta geholt hat und dann immer gespannt darauf war welchen spieler man darin finden konnte bei den dublos konnte man auch immer ein bisschen durch die verpackung durchlinsen so dass man damals damit auf recht einfache weise die letzten fehlenden sticker für das album ergattern konnte das waren die schönen zeiten von früher zwischendrin hat ferrero ist dann mal mit team karts versucht was im sticker land deutschland dann auch ein ziemlicher flop wurde bevor dann glücklicherweise jemand auf die vernünftige idee gekommen ist wieder zu den stickern zurückzukehren im gleichen moment hat ferrero dann aber entdeckt dass man sich ja auch am sammeln beteiligen könnte und zwar am sammeln von kundendaten und daher hat man schon bei den letzten kollektionen angefangen die sticker tütchen zum teil nicht mehr in die produkte zu packen sondern dort nur noch aktions kurz rein zu drucken die man dann anschließend auf der webseite eingeben musste und dann seine sticker tütchen zugeschickt bekommen hat da geht natürlich der sammelspaß komplett verloren und in diesem jahr treibt ferrero das komplett auf die spitze man findet überhaupt keine sticker mehr in den produkten sondern nur noch kurz zum eingeben und muss dann im anschluss zwei bis vier wochen darauf warten dass man seine sticker zugeschickt bekommt all das nur um an die daten der sammler zu kommen und damit macht man aus meiner sicht eine eigentlich tolle kollektion leider komplett kaputt das so ein bisschen als vorwort zu dieser kollektion wie schwierig es ist an die sticker tüten zu kommen wenn wir da gleich feststellen wenn uns das album ein bisschen näher anschauen das wie ich finde richtig toll geworden ist und ihr seht auch schon vorne auf dem cover das ganze ist power by kicker in den enthaltenen texten steckt da also auch entsprechender fußball sachverstand und wir sehen eine weitere sache die diese kollektion exklusiv hat nämlich dass wir die deutschen nationalspieler schon im komplett neuen em trikot sehen das ja mitte märz erst vorgestellt wurde das also auch noch mal dicker pluspunkt für diese teamsticker hier unten seht ihr schon eine auflistung der bekanntesten produkte von ferrero die an dieser aktion teilnehmen dazu dann aber mehr im inneren des albums dass wir uns jetzt mal zusammen anschauen wollen und auf der linken seite aber direkt schon eine vorschau auf die sticker aus dieser kollektion und ihr seht das ganze läuft unter dem panini family logo die sticker wurden also von panini produziert was dann auch für eine entsprechende qualität bei den stickern spricht wir haben die klassische aufteilung die man von den ferrero kollektionen aus den vergangenen jahren kennt zum einen haben wir die portrait sticker die es zum teil auch mit metallic effect gibt dann haben wir die action sticker auf denen die spieler komplett zu sehen sind es gibt spielorte sticker in kombination mit den spielern sind hier in der vorschau zum beispiel kevin trapp bei frankfurt und auch die großen xxl sticker gibt es wieder mit dem mannschaftsfoto des kompletten teams dazu wird das ganze dann auch noch interaktiv mit videos die über einen qr-code abrufen könnt man hat sich also ein bisschen was für diese kollektion überlegt auf der rechten seite sehen wir dann ein grußwort von william havison vom kicker und hier unten ist auch schon platz für den ersten sticker aus dieser kollektion und danach finden wir erstmal ein paar infos und daten vom kicker rund um die kommende europameisterschaft und das was das deutsche team bei den vergangenen europameisterschaften erreicht hat auch hier sieht es klaus menteck langjähriger redakteur beim kicker hat diesen text verfasst und daher steckt da natürlich wie vorhin schon erwähnt auch ein bisschen kompetenz dahinter so dass man sich sicher sein kann hier verlässliche infos und daten im album zu haben dann haben wir doppelinterview mit jule brand und christoph kramer und dann kommen die seiten mit den spielern des nationalteams auf die dann auch die sticker aus dieser kollektion platziert werden sind zunächst die tote mit mark andere testigen und manuel neuer und dann seht ihr schon hier oben kommt da der porträt sticker hin und hier unten der jeweilige action sticker des spielers und dazu gibt es zu jedem spieler einen kleinen infotext einen sogenannten fun fact in diesem runden kreis und die wichtigsten statistischen daten im unteren bereich der seite an infos mangelt es hier in dem album also nicht und das ganze wie ich finde auch optisch sehr ansprechend gemacht wir haben hier die weiteren torte mit oliver baumann und kevin trapp dann geht es weiter mit den verteidigern antonio rüdiger macht da den anfang dann kommen matz hummels und jonathan thar nico schlotterbeck und manik ciao niklas sühle und benjamin henrichs dann haben wir robin gossens david raum und robert andrich und ihr seht schon dass das ganze recht nah an der vorstellung der neuen trikots produziert wurde denn wir sehen hier noch ein mix aus den alten und den neuen trikots er wird schon im bisherigen und jozo akimich dann schon im neuen nationaltrikot dann sind wir leon koritzka und den aktuellen kapitän der nationalmannschaft karl gündogan jonas hofmann felix metscher pascal groß julian brandt und jamal musiala dessen sticker sicherlich zu den begehrtesten gehören werden ähnlich wie die von florian wirts frischgebackener deutscher meister mit bayern 04 leverkusen und gerade seinem ersten hatrick in der bundesliga könnte sicherlich einer der stars dieser europameisterschaft werden zusammen mit jamal musiala und livois sané den wir auf der rechten seite sehen dann haben wir thomas müller und kai havertz serge genabry und nicholas füllkrug und zum abschluss dann noch kevin schade und marvin duksch ihr seht so ein bisschen an der spieler auswahl dass man da versucht hat so viele eventualitäten wie möglich abzudecken die starke anpassung die julian nagelsmann dann für die letzten beiden spiele beim nationalteam vorgenommen hat hat sicherlich auch beim kicker keiner auf der rechnung gehabt und zu diesem zeitpunkt waren sticker und album ja bereits in der produktion apropos julian nagelsmann der wird hier auf der seite ausführlich vorgestellt und auf der rechten seite haben wir dann die zwei großen mannschaftsbilder einmal von dem aktuellen nationalteam und darunter das von der u21 also den spielern die wir dann vielleicht in den kommenden jahren stärker im nationalteam sehen werden und insgesamt gesehen muss man schon sagen bisher ist es auf jeden fall das album was dem derzeitigen kader inhaltlich am nächsten kommt so dann haben wir eine seite für das team da kann man sich dann mit seinen doppelten stickern nochmal seine eigene traum elf zusammenstellen dann kommt eine doppelte seite für die spielorte sticker mit den zehn städten in denen diese europameisterschaft stattfinden wird und dann etwas was viele ja im offiziellen sticker album zu dieser europameisterschaft von tops vermisst haben ein aktueller spielplan zum selber eintragen mit allen gruppen und den darauffolgenden ko spielen so dann haben wir die doppelseite die uns erklärt in welchem produkt man die codes findet die man dann online einlösen kann und wofür man dann seine sticker zugeschickt bekommt ihr seht hier unten ist das ganze erklärt aktionspackung kaufen code aus der packung auf ferrero sammelspaß de in punkte eintauschen und dann eine entsprechende wunschpremie anfordern das müssen dann wir auf der rechten seite sehen könnte noch nicht mal die sticker sein wenn ihr lieber sportsocken haben wollt oder eine milchschnittkühltasche dann bekommt ihr die auch für diese punkte wenn ihr euch aber für die sticker entscheidet dann seht ihr im unteren bereich wie viele punkte ihr braucht um zwei stickertüten a5 stickern zu bekommen nämlich vier stück was ferrero hier auf dieser doppelseite allerdings nicht verrät ist dass die hier oben abgebildeten packungen gerade mal zwei oder drei punkte bringen heißt also um auf diese vier punkte zu kommen müsst ihr zum beispiel mindestens zwei dieser hanuta oder zwei duplo packungen kaufen oder natürlich auch jeweils eine von beiden denn in jeder dieser packung befindet sich nur ein aktionscode der gerade mal zwei punkte wert ist heißt also bei den standard packungen müsst ihr 20 hanutas essen um überhaupt mal eure ersten sticker zu bekommen und dann habt ihr sie ja wie gesagt nicht sondern könnt nur den code eingeben und müsst dann noch mal zwei bis vier wochen zumindest ist das die offizielle zeit die ferrero angibt auf eure sticker warten richtig sinn macht das ganze wenn überhaupt nur mit den hier links unten abgebildeten aktionspackungen denn da habt ihr dann auch 20 riegel drin also genauso viel wenn ihr euch zwei von den duplo packungen hier oben holen würdet bekommt dafür dann aber drei sticker tüten also immerhin 15 sticker für diese kollektion eine ganz nette sache die ferrero sich noch einfallen hat lassen ist das personalisierte sticker album bekommt ihr für 12 punkte da steht dann euer eigener name vorne drauf und zwei sticker tüten gibt es dann beim einlösen dieser zwölf punkte dazu ihr seht schon dass keine ganz so einfache sache die nötigen punkte für die sticker zusammen zu bekommen zumal man in den sticker tüten dann ja auch noch regelmäßig doppelte drin haben wird und um eine solche kollektion voll zu machen muss man dann schon einiges von den links oben gezeichneten produkten vertilgen das also die info wie an die sticker kommt da aber sicherlich nicht unbedingt jeder zehn kilo zulegen und seine bikini figur für den sommer ruinieren will gibt es glücklicherweise auch wieder nachbestell service für die sticker bis zu zehn sticker können nach bestellen das ganze kann zumindest nach aktuellem stand auch mehrmals genutzt werden heißt also rein theoretisch könnte dieses album über den nachbestell service auch voll machen ohne euch massenweise hanutas dublos oder die anderen zuvor gesehene produkte rein stopfen zu müssen das also der kleine pro tipp im rahmen dieses videos und dann schauen wir uns noch mal die restlichen seiten des albums an es gibt nämlich noch ein em quiz bei dem man eins von fünf signierten deutschland trikots gewinnen kann auch da muss man das lösungswort dann natürlich online eingeben und auf der rechten seite der hinweis auf die kicker kids rubrik und die kicker app mit der während der europameisterschaft sicher dann immer auf dem aktuellen stand bleibt so dann haben wir noch die rückseite des albums die ist wie ich finde auch wunderschön geworden in diesem schwarz und mit dem goldenen logo des deutschen fußballbundes macht wie ich finde einiges her und ihr seht hier unten schutzgebühr für das album beträgt 1 euro wenn ihr euch kein personalisiertes mit den punkten bestellt dann müsst ihr also 1 euro ausgeben um ein solch neutrales sammelheft wie wir es jetzt gerade gesehen haben zu bekommen auch das bekommt ihr im nachbestell service falls sie dort wo die ferrero produkte verkauft werden gerade nicht zu finden sind so dann wollen wir wie angekündigt auch noch mal blick auf die sticker aus dieser kollektion werfen denn ich habe den nachbestell service schon mal dafür genutzt mit die ersten sticker zu ordern um sie euch zeigen zu können das zum zeitpunkt wo ich von dem ganzen erfahren habe hier auch noch keinerlei produkte im handel gab die einen dieser aktionscodes beinhaltet haben wir sehen den profil sticker von kai havertz im neuen nationaltrikot dazu im hintergrund so eine neon animation gefallen mir richtig gut die sticker und was natürlich noch mal ein richtiges highlight ist sind diese metallic sticker mit diesem holo effekt die es dann von einzelnen spielern gibt wir sehen hier joshua kimmich ebenfalls schon im neuen trikot dann haben wir noch jamal musyala auch auf diesem wunderschönen metallic sticker mit diesem goldrand und ihr seht es im hintergrund auch diese symbolik aus dem album hat eingearbeitet dann haben wir noch den metallic sticker von florian wird und den von levoi sané allesamt wie ihr sehen könnt im neuen nationaltrikot dann schauen wir uns zwei der action sticker an auch hier haben wir joshua kimmich das ganze mit orangen im hintergrund und kai havertz ebenfalls als action sticker vor diesem hier in neon grün leuchtenden hintergrund die action sticker wie ihr sehen könnt noch mit altem nationaltrikot denn die nationalmannschaft hatte zu dem zeitpunkt wo das ganze in produktion gegangen ist ja noch keine spiele gemacht wo man entsprechende fotos machen konnte da gab es vermutlich nur diesen einen offiziellen foto termin der dann zumindest für diese porträt fotos gereicht hat dann haben wir noch einen der spielorte sticker die sehen so aus leider nicht mit richtigem stadion bild sondern nur so eine silhouette der jeweiligen stadt und wir sehen hier levoi sané vor der silhouette von gesenkirchen und dann können wir auch schon mal ein blick auf das offizielle team foto werfen auf diesem großen xxl sticker ich finde ein richtig toller sticker in diesem großen format und das ganze haben wir dann auch noch mal von der u21 die dann noch in den alten trikots das also der junge nachwuchs von dem wir dann vermutlich den einen oder anderen in den nächsten jahren auch mal in der nationalmannschaft sehen werden ja und wenn ihr mit gezählt habt dann habt ihr gemerkt dass das genau die zehn sticker waren die man pro bestellung im nachbestell service ordern kann mehr als zehn geht nicht heißt also wenn ihr gar kein der ferrero produkte konsumieren wollt müsst ihr schon insgesamt sieben verschiedene bestellungen auslösen um dieses album zu kompletieren das also alles was ich euch momentan zu dieser team sticker kollektion zur europameisterschaft 2024 von ferrero zeigen kann denke aber damit habt ihr schon ganz guten eindruck von dieser kollektion gewinnen können so dass euch die entscheidung dann jetzt hoffentlich ein bisschen leichter fällt ob ihr das ganze sammeln wollt oder nicht album und sticker gefallen mir persönlich richtig gut die sticker machen richtig starken eindruck da merkt man dann schon dass das mit panini eine firma produziert hat ein bisschen ahnung von dem ganzen hat und gerade diese metallic sticker mit dem hole effekt hat es in der qualität sicherlich noch nicht zuvor in einem solchen ferrero sammelheft gegeben einziger wermutstropfen an dieser kollektion bleibt wie gesagt diese datensammelwut von ferrero beziehungsweise von der penny dialog marketing gmbh die das ganze für ferrero abwickelt und weswegen man den umweg über diese code eingabe gehen muss und die sticker dann erst einige wochen später zugeschickt bekommt ich persönlich trauere daher wie am anfang schon erwähnt den früheren zeiten so ein bisschen hinterher als man sein hanuta oder duplo noch aufgerissen hat und darin direkt ein sticker gefunden hat das hatte damals auch noch richtig was mit sammelspaß zu tun auf einer webseite den code einzugeben um dann zwei bis vier wochen später zwei stickertüten geschickt zu bekommen ist für mich persönlich weit davon entfernt das also meine meinung zu diesen neuen teamstickern was ihr von albumstickern und dieser ganzen aktion drumherum haltet das schreibt doch jetzt mal unten ins kommentarfeld freue mich da schon und bin sehr gespannt auf euer feedback zu diesen teamstickern und zum abschluss würde ich mich natürlich auch noch über ein däumchen nach oben für dieses video freuen also jetzt gerne noch mal auf den like button drücken wenn ihr da bisher nicht daran gedacht habt wenn ihr mehr zu dieser aber auch zu anderen sticker und trading card kollektion auf diesem kanal nicht verpassen wollt dann schnappt euch noch eins der kostenlosen kanal abos und dann sehen wir uns auch zum nächsten video wieder bis dann macht's gut